Mein Name ist Richard Taggart. Siebzehn lange Jahre war ich Soldat im Seal Team Six, des besten Spezialeinsatzkommandos der Welt. Sie sind kein Seal mehr, Taggart. Also befolgen Sie Anweisung. Vor 24 Stunden gab es einen Angriff auf eine Mädchenschule. Es wurden Geiseln genommen. Richard Taggart ist Ihnen in die Hände gefallen. Der ehemalige Troop Chief dieser Einheit. Sir, wer hat ihn? Ich bin nur ein muslimischer Junge aus Michigan, der erkannt hat, dass der amerikanische Traum eine Lüge ist. Wir werden RIP heimholen, weil es das ist, was wir tun. Wir gehen rein. Wir gehen raus. Wir bitten nachher um Vergebung. Granate! Die einzige Grenze, die mich interessiert, ist die zwischen Gut und Böse. Du hast alles gesehen, was wir gesehen haben und denkst, das ist so einfach? Töte ihn. Willst du nun RIP befreien oder nicht? Möglicherweise willst du ihn zu sehr befreien. Ich soll mich um meine Männer kümmern. Sie sagt, sie wurde angeschossen und braucht Hilfe. Holen Sie die Männer zurück, deine Palle! Du bist ein Navy SEAL! Ja, ich bin ein Navy-verfickter SEAL. Untertitelung des ZDFs killed Peter